Hallo Leute, jetzt gehe ich mal zum Friseur. Meine Haare sind so lang. Jetzt ist es vorher. Ich zeige euch für nachher, wie es aussieht. Ich hoffe, mein Friseur, mein Friseuse hat noch einen Termin für mich. Was mache ich jetzt? Mein Stammfriseur, der ist heute gar nicht da. Ich soll es bei einem anderen schneiden. Überlegen, überlegen, überlegen. Was soll ich diese Chance nehmen, reinzugehen? Gucke ich mal. Ah Leute, mein Stammfriseur war nicht da. Trotzdem bin ich noch reingegangen. Und der Neue schneit eigentlich. Oh, wie finde ich hier. Zum Glück hat er meine Haare nicht versaut. Was ein Glück. Als er die Schere ansetzt, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was wird auf meine Haare. Aber, naja, so schlimm wird es nicht sein. Gut, ich habe trotzdem ein bisschen Trinken gegeben, ja. 25 Prozent, ja.